moin leute in meinem heutigen video möchte ich mich noch einmal mit dem juhlfest beschäftigen ich hatte diesbezüglich zwar schon einmal ein video gemacht für das brauhaus aber diesbezüglich kommen immer mehr fragen auf und jetzt mache ich ein extra video nur für anfänge also von a bis z mindest voraussetzung um das juhlfest überhaupt starten zu können und die mindest voraussetzung also davon gibt es zwei und eine davon ist dass man in england eine kampagne komplett beendet hat das heißt hier eine ebene ich habe diese ebene hier gerade beendet gehabt die quest muss man jetzt auch nicht bei rand wie abgeben das ist nicht nötig es reicht wenn man das beendet hat dann ist es quasi gestartet das juhlfest und dann gibt es noch eine zweite voraussetzung und zwar dass man sein seine basis auf level 2 bringt und das mache ich jetzt mal kurz so eine ehre dich wiederzusehen evo so ihr seht jetzt ist das brauhaus freigeschaltet und jetzt müsst ihr das brauhaus kaufen wenn da steht ich oder guck ich noch nicht ganz aber so ihr seht jetzt So, jetzt haben wir das Brauhaus freigeschaltet und damit auch die Quest für das Wuhlfest. Es kann sein, dass der Inhaber nicht direkt da ist. Dann müsst ihr hier auf der Map gucken. Da ist er. Er kommt dann hier angelaufen und stellt sich in das Haus rein und so lange müsst ihr eben kurz warten. Bei den Göttern, Aska. Was ist hier passiert? Evo ist hier. Den Göttern sei Dank. Auch wenn sie uns wohl verlassen haben. Ich muss ihr leider sagen, dass Tekla fort ist. Was? Ist sie etwa tot? Nein, nein, nein. Sie hat etwas zu erledigen und ihrem Lehrling die Verantwortung übertragen. Er hat das angerichtet. Wer ist dieser Lehrling? Ein Kerl namens Aki. Er wird wissen, was hier geschehen ist. Du musst ihn finden. Ich? Warum nicht du? Irgendwer muss hier aufräumen. Außerdem bin ich erschreckend besoffen. Geh du lieber. Geh du lieber. Ich darf nicht damit durchkommen. Sie werden von meinem Namen erzittern. Da sind sie ja. Da unten. Aber wo sind die Fässer? Du da. Bist du Aki? Wer fragt das? Erkennst du mich nicht? Ich bin ein Freund Teklas. Und ich will wissen, warum du ihre Brauerei so zugerichtet hast. Nimm das zurück. Nie will ich so etwas tun. Das waren diese sächsischen Räuber. Ich werde jeden einzelnen von ihnen erledigen. Räuber. In Heffnatorb. Sie schienen ganz freundlich. Ich lud sie ein, Teklas neues Gebräu zu kosten. Er begann zu trinken. Und als nächstes wache ich auf und die Fässer sind fort. Nun, da du hier bist, können wir das gemeinsam aufklären. Mit unseren Fäusten. Du hast also Räuber abgefüllt und sie haben sich wie Räuber verhalten. Und nun suchst du Streit? Ah, Aki, du bist nicht in der Verfassung Probleme zu lösen. Ach nein? Soll ich dir zeigen, in welcher Verfassung ich bin? Dann siehst du, wie ein Brauer kämpft. Nimm die Fäuste runter. Wir können zurück in die Brauerei gehen, bis du nüchtern bist. Genug geredet. Komm schon her. Ich werde der größte Braumeister sein, Vene Svika. Du bist betrunken. Und selbst nach den Maßstäben... Ungerecht. Ich war nicht bereit. Geh zur Brauerei zurück, Aki. Ich kam über das Meer, um von einem Braumeister zu lernen. Tegla vertraute mir ihr bestes Ale an. Und ich habe es verloren. Wenn du wüsstest, wie sie sich anfühlt, die Angst, das Vertrauen deines Vorbilds zu verlieren, wärst du nicht so leichtfertig. Ich schlage dir einen Handel vor. Wir holen die Fässer zurück. Aber, das übernehme ich. Du wartest am Boot. Du hast genug gekämpft. Nun gut. Die Räuber werden sie haben. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Unter uns? Du solltest etwas an deiner Linken arbeiten. So, hier haben wir es jetzt mit dem ersten Bug zu tun. Und zwar wird nicht angezeigt, wo das Fass ist. Aber das Fass ist in dieser Basis hier. Das Fass ist in dieser Basis hier. Das ist Teglas Ale. Diese Fässer würde ich überall erkennen. Sie ist wahrlich eine Meisterin. Sie ist wahrlich. Oh, 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 oh. Also dann, wo haben sie das Elf versteckt? Jetzt haben wir es mit dem zweiten Bug zu tun, und zwar die Abgabestelle. Die Abgabestelle ist genau hier. Die Abgabestelle ist auf dem Weg, und zwar die Abgabestelle ist auf dem Weg. Was ist das? die klasse ist sicher ich danke dir du bist heldenhaft selbst unter helden eine letzte bitte hätte ich noch bitte lass uns das unter uns behalten das lässt sich machen ich habe ein paar dieser juhl marken von norwet die gebe ich dir gerne als bezahlung für deine mühen vielleicht kannst du sie gegen kampfunterricht eintauschen ich hoffe ich konnte euch mit diesem video mehr helfen als mit dem vorigen und ansonsten wünsche ich euch noch viel spaß beim spiel